Klasswar! 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 Okay, das Resist2Exist-Festival ist schon wieder unglaublich, es ist unglaublich heiß. Wir sind hier und nicht auf dem Wacken, das freut mich, weil durch Wacken fahren nach Wacken, wie ja schon gesagt wurde. Und hier mit mir der Sänger von den Pestpocken. Wie heißt du nochmal? Pest-Day, hey. Denn ihr seid schon eine ganz schön alte Band, oder? Das ist ein richtig guter Typ an. Hau ab, das ist ein frisches Bier, nicht denn? Naja, gut, ich bin auch aus den 90ern, insofern, also ihr habt schon... Ja, wir hatten 20, 10, 10, ja. Nicht aus der 15. Erzähl... Letztens gab es ja dann diese schöne Weißgubu darüber, in der dann gesagt wurde, wo die Namen von verschiedenen Bands herkommen. Ihr wurdet auch gefragt. Und wie war das? Haben die euch dann eine Mail in den Brief geschrieben, oder? Ich habe einen Brief geschrieben heute, das war eine Mail. Okay. Die ging an den Maniac-Tech-Werker, das war der Schlebel, der fragt, irgendwie, er muss über Takt zum S-Bomb und er ist echt skaliert. Okay. Eine konnte ich letzt beantworten, der andere kann weitergeleiten. Dankeschön. Wir sind jetzt noch, aus München, auf den kleinen Klubs oder hier auf den größeren Bühnen. Keine Quadratmeter Klaps, so rechte braune Arschlöcher. Hier ist die nächste Saison, wir als Kautorin. Hörn. Hörn. Da war es G1, das war jetzt nicht, ja. Genau. Ganz einfach und Cloud, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, und Moishin einmaldi. 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, Was und Dumpf. We tighten doch auf uns und dann. Wir können uns erst jetzt nicht tun, wir dies. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020